Guten Abend und herzlich willkommen zum Filmabend für Raimund Hoge. Ich bin Katja Schneider und eigentlich sollte ich nun das erste von zwei Gesprächen mit Raimund Hoge führen. Gespräche mit Filmbeispielen seiner Arbeit, die er vorbereitet hatte, nachdem klar war, dass sein zum Festival Dance eingeladenes Stück, Canzone per Ornella, coronabedingt nicht zu sehen sein würde. Nun ist auch der Ersatz geplatzt, denn Raimund Hoge war gesundheitlich nicht in der Lage, nach München zu reisen. Stattdessen zeigen wir Raimund Hoge als Filmemacher. Über die Jahre drehte Hoge Lebensträume 1994 für ZDF Dreisert sowie im Auftrag des WDR das einstündige Selbstporträt der Buckel. 1997 ist es entstanden. 2016 kam dann der Film heraus, den Sie gleich sehen können. Die Jugend ist im Kopf. Ein Porträt der französischen Theaterleiterin Marie-Thérèse Allier, die seit 1983 die Ménagerie de Verre in Paris leitet. Ein wichtiger Präsentations- und Produktionsort. Der 26-minütige Film stellt jedoch nicht nur Marie-Thérèse Allier vor, sondern er erzählt, wie Hoge's Bühnenstücke auch, vom Tanz, von Körpern, von der Schönheit, vom Alter. Geboren in Wuppertal wurde Raimund Hoge zunächst Journalist, schrieb für die Zeit, publizierte Porträts von Außenseitern und außergewöhnlichen KünstlerInnen, die auch in Buchform erschienen. Von 1980 bis 1989 war er Dramaturg für das Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch, veröffentlichte auch dazu zwei vielbeachtete Bücher. Danach entwickelte er eigene Theaterarbeiten. 1992 begann seine Zusammenarbeit mit dem bildenden Künstler Luca Giacomo Schulte, der bis heute sein künstlerischer Mitarbeiter ist. 1994 realisierte er das erste Solo für sich, Mainwärts, dem Chambre Separée und Another Dream als Trilogie über das vergangene Jahrhundert und die deutsche Geschichte folgten. Seither sind über 20 Bühnenproduktionen entstanden. Seine Tänzerinnen und Tänzer begleiteten Raimund Hoge über Jahre. Er widmet ihnen Stücke, Songs for Takashi, Musique et mots pour Emmanuel oder eben Canzone per Ornella. Raimund Hoge hat zahlreiche Preise für sein Werk erhalten, darunter 2001 den Deutschen Produzentenpreis für Choreografie. 2006 erhielt er den Prix de la Critique Française für Swan Lake Four Acts in der Kategorie Beste ausländische Produktion. 2008 wurde Raimund Hoge in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Ballettanz zum Tänzer des Jahres gewählt. 2019 ernannte er ihn der französische Kulturminister zum Officier de l'ordre des Arts et des Lettres. Und 2020, im vergangenen Herbst, wurde ihm der deutsche Tanzpreis verliehen, die höchste Auszeichnung, die der Tanz in Deutschland zu vergeben hat. Der knapp 30-minütige oder ja 26-30-minütige Film Die Jugend im Kopf gehört zur Gattung der Porträts, hier gestaltet mit filmischen Mitteln. Für seine carte blanche, die Art, die ihm gewährte, wählt er eine Wahlverwandte aus. Marie-Therese Allier entspricht ebenso wenig den Klischees von der Pensionistin wie er selbst denen des Tänzers. Sie machen beide ihr Ding. Kompromisslos gehen sie unbestechlich ihren eigenen Weg. Hoge zeigt ihr im Film, was ihm wichtig ist. Eine Aufnahme von Kasui Ono. Hoge, der von Pina Bausch lernte, vom Regisseur Peter Brug und viel vom japanischen Theater, vom Buto, schätzte Ono die Gruppe Sankaijuku und deren Leiter Ushiu Amagatsu. Er bringt Ono mit Allier zusammen und schafft so eine Begegnung über die Kontinente die Zeit hinweg. Emmanuel Egamon und Takashi Ueno, beide in vielen Stücken Hoges präsent, tanzen in der Jury de Verre. Und zu Beginn des Films sieht man Hoge als Solisten. Das ritualisierte Ausschreiten des Raums, die Wiederholungen von Bewegungen, die ruhigen Handlungen, Gesten, Verrichtungen, die seine Stücke prägen. Das ruhige, klare Miteinander tanzen, wenn er Allier an die Hand nimmt und beginnt, sich mit ihr langsam zu drehen. Wir anderen folgen. Hoge erzwingt genaues Hinsehen. Er beharrt auf dem Blick. Er konfrontiert die Zusehenden mit den Zuschreibungen an einem Körper. Er insistiert auf die Ästhetik eines nicht den normalen Proportionen entsprechenden Körpers. Indem er ihn als Landschaft bezeichnete, öffnete er ein neues Register, eines des Form, Formen in den Fokus rückt. Er zeigt auf diese Weise, dass für gesellschaftspolitische Differenzbildungen nicht die unterschiedlichen Körperbilder wesentlich sind, sondern die Darstellung unterschiedlicher Weisen der Wahrnehmung dieser Körper. Diese Darstellung von Wahrnehmung verbindet sich von vornherein mit ästhetischen und moralischen Werten und Normen, erotischen Konnotationen und Assoziationen. Hoge verstößt gegen die Rollen, die ihm zugeschrieben werden. Sein Körper, mit einem Buckel, bricht einen das konfektionierte Setting, aus dem er sich nicht länger ausschließen lässt. Nach und nach inszeniert er auch andere Körper als seine eigenen, junge, schöne, der normentsprechende, aber auch schöne, nicht mehr junge Körper. Allen gemeinsam ist, dass sie als vermögende Körper ins Spiel gebracht werden, nicht als defizitäre und ungenügende. Er wird im Film gefragt, was er gut könne. Ich kann gut zuhören, sagt er, den Menschen, der Musik. Hier im Film hören wir mit Marie-Thérèse Allier Le Temps de Cerise zu, ein Liebeslied und auch ein politisches Lied. Zu dieser Kunst des Zuhörens gehört, dass man Songs in verschiedenen Variationen hört, mal von jüngeren, mal von älteren Stimmen gesungen. Oder, dass dieselben Songs in verschiedenen Kontexten zu hören sind. Wie Parle-Moi d'Amour zu dem Hoge und Allier tanzen. Diese Chanson durchzieht Hoges Werk, wird auch zitiert in seinem Buch Preis der Liebe, der Biografie seiner Mutter und der Erzählung seiner Jugend. Zum Schluss möchte ich Montorge selbst zu Wort kommen lassen. Er sagte, wenn ich Stellung beziehen will, muss ich das selbst tun. Ich kann nicht einem Tänzer mein politisches Statement auf den Körper schreiben. Ich muss das mit meinem Körper machen. Dabei geht es nicht um meine persönliche Geschichte, meinen persönlichen Körper. Ich wollte einfach meinen Körper als Beispiel nehmen und sagen, diesen Körper gibt es auch. Es gibt andere Körper als die bekannten Tänzerkörper. Er bezog das Zitat und diese Stellung beziehen auf die vielen Freunde, bekannten Künstler, die an Aids, an den Folgen von Aids gestorben sind. Wir leben in einer Zeit, in der sich Ereignisse überschlagen. Als wir vorgestern Raimund Hoge und ich besprachen, dass ich diese Einführung sprechen und wir den Film Die Jugend im Kopf zeigen wollen, sagten wir, sehr schade, dass du nicht da bist. Aber das Gespräch holen wir nach. Die Aufführung holen wir nach. Dies ist beides nicht mehr möglich. Raimund Hoge ist in der vergangenen Nacht in seiner Düsseldorfer Wohnung verstorben. Wir gedenken ihm nun in Trauer und mit diesem Blick in sein komplexes und so reiches Werk. Adieu, Raimund.